Hallo, willkommen zu Was ist SQL? Die Abkürzung SQL steht für Structured Query Language und ist eine Sprache entwickelt für die Arbeit mit Datenbanken. Antwort auf die Frage, was ist SQL, lautet somit, es ist eine Datenbanksprache. SQL gilt als Standard für die Kommunikation mit Datenbanken. Diese Datenbanksprache, SQL, basiert wiederum auf relationaler Algebra. Sehen wir uns nun die Vorteile von SQL an. Ihre Syntax ist recht einfach aufgebaut und semantisch an die englische Umgangssprache angelehnt, wie hier zu sehen, Select, From und Where. Des Weiteren ist diese Sprache gut verständlich und schnell erlernbar. Das nächste Punkt ist, wofür wir SQL benötigen. SQL dient zum Erstellen, Bearbeiten und Durchsuchen bestimmter Daten. Diese Daten sind in Tabellen organisiert. Folgendes Beispiel. Beim Kauf eines Buches wird durch SQL mit einem Inset Into der Datensatz in die Tabelle Verkauf gespeichert. Dieser Datensatz besteht aus Datum, Produkt, Menge, Preis. Ebenso kann mit SQL auch alle Datensätze ermittelt werden in dieser Tabelle mit Select-Stern. Das Löschen von Datensätzen gestaltet sich noch einfacher mit dem Befehl Delete, wie hier zu sehen, mit der Einschränkung Produkt ist gleich Buch. Mit Update lassen sich Datensätze ändern. In diesem Beispiel wurde der Preis von 30 Euro auf 15 Euro geändert. Links ist der alte Datensatz, rechts ist der neue Datensatz zu sehen. Das sind die wichtigsten Informationen zu SQL. Mehr findet ihr in den Folgevideos. Tschüss und bis bald.